gut schlecht schon aber das finde ich gar nicht nett denn in der dritten welt haben wir ein game over kassiert das mag ich ja nicht ich bin der game over gegangen super mario galaxy 2 und das live tragisch dennoch müssen wir den zweiten stern und ergattern und wo der ist kein schimmer habe ich nicht gesehen und ich hoffe mal das geht mit dir ab kann sich mal laufen tust mir schon neu aber ich werde jetzt dann wahrscheinlich das ende mit mario zocken und den letzten stern das heißt die letzte galaxie besser gesagt mit luigi und wie er sich dann anstellen wird aber ist ein first try schafft das wäre supi dann hätte man was positives geleistet aber sonst bin ich auch nicht traurig denn ja faden verloren ich wusste nicht mir versorgen denn keine ahnung aber das will ich jetzt richtig scheiße ich bin nie weitergekommen als hier aber es kommt aber du verpiss dich gleich du bist positiv ok da war der erste ich dachte schon was war der zweite hätte dir wohl gerne hätte ich will gerne sondern dich bärchen und dann dich bärchen damit ich ein leben bekomme weil es brauche ich das war der nieder dieser dieser ebler blecken und dann weiter und war nicht ein kometen stern hier auf dem schiff doch er war doch hier oder bin ich jetzt vollkommen nicht gedreht langsam stellen hast jetzt schon nichts das war nicht nett ernsthaft kann ich das nicht auf die coole weise machen doch sagen nämlich es geht es geht ja ein bisschen zeit verplimpert ja aber dafür habe ich schon aktiviert finde ich doch super das erste raumschiff von fail weil da nix noch hier war doch ja hab dich im auge du mein lieber ich fress dich einfach mal und und lol ok ich hatte glück warte mal kann ich nicht mich drehen das machen und dann hier aber ich muss immer auf die bescheuerte art ich kann es nicht erklären tut mir leid ich weiß nicht wieso und zwar ich bin ziemlich vor und ich habe wieder heißes bist du gar nicht leute aber ich muss mich jetzt zwingen näher ins mikro zu gehen weil sonst hört ihr mich nur in einem hallen raum wie jetzt zum beispiel und das werden ziemlich scheiße wird drei komplett gelöst freut mich und es geht weiter in der sweet mystery galaxy ich bekomme gleich hunger ich habe noch nichts jetzt nur um halb neun wenn das nicht krank ist muss meine mutter muss sagen sie soll mir kohle geben für den meck oder so oder burger king oder was ist der teufel was boah ich bekomme gleich um pancakes pancakes ok aber hier können wir stellen habe ich doch recht gesehen ok du frisst auch alles gell joshi lol ok und wie ich da so einfach hinkomme ich hoffe das stimmt einigermaßen baum ok ich war ein bisschen skeptisch weil das natürlich so ausgesehen das würde ich meilende weite weg das kenne ich nur zu gut von dem spielautomaten da mit dem greifarm das ist auch nicht mein ding da habe ich auch dauerhaft gefällt aber auch schwer das liegt nicht an mir das sage ich euch das liegt an der machine zweiter stern ich komme bis jetzt verläuft alles ganz gut ohne death ohne game over aber ich glaube das hatte ich noch nie in einem part ohne dass ich einmal gestorben bin das wird wahrscheinlich niemals geben und und was ich schon mal sagen können der part wird ein bisschen kürzer als die anderen das heißt so 12 13 minuten das liegt daran weil ich jetzt äh jol 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 ach dachte jetzt gerade die aufnahme wäre beendet deswegen war ich ein bisschen äh gehängt hart äh ne weil ich äh noch ein anderes video am rendern bin und das braucht ziemlich äh viel speicher und ich mag auch nicht mehr so so wie es vielleicht schon gemerkt habt aber ich hoffe doch nicht und du küsst mich äh was bist du ich will auch viel schlau aufpassen da wäre der ding gewesen der der zweite stern genau da dafür bekomme ich das hier noch sternteile genügend sternteile habe ich jetzt wahrscheinlich auch schon mal nach vorne ja das konnte man jetzt wirklich nicht sehen oder reinschätzen aber ich möchte nicht game over gehen wie das sage ich dir jetzt schon was ist das kann ich nicht einschlafen ja aber ne seht ihr ich habe schon einen dev gekassiert ich mache es immer auf die komplizierte art jedes mal ich weiß nicht warum es liegt mir einfach nicht so durchklicken bis zum geht nicht mehr ich werde zugetexte wieder und wir gehen in die in die honigblüten galaxie finde ich fast ein bisschen besser weil zwei sterne so in vier oder fünf minuten sollten machbar sein habe ich jetzt extra darauf geachtet und ich habe gerade richtig bock auf die dann mache ich das auch das ist gleich einer super hier oben bei der königin ich finde ich auch mal von der keine ahnung warum aber stecki honey moon oder was dir gesagt hat und luigi gemacht voll gas hier das ist auch schon bald bei dir zu hause ich bin ich bin an der wand 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 wie ins aber gleich hier okay das ist sicher auch nicht mehr so gut aber jetzt ist mir wieder richtig in den sinn gekommen und wo der zweite war könnt ihr sicher schon denken aber ich las für die ein prozent magie heim unter euch und wir werden uns gleich in der galaxie wieder sehen ja und das abenteuer geht weiter und das gleiche noch mal mit bienen luigi habe ich weiß nicht ob ich das rausschneiden oder nicht ob ich was man einfach bringen weil ich zu faul bin das daraus zu schneiden schon wieder was schneiden ist ja das leben habe ich vor mir noch aber im spiel muss bist du kannst du auch wieder so gekippt laufen was laufen fliegen an der wand und was war das ein grad wie sich sehr schnell gewendet hat es hatte doch etwas genommen aber keiner hört mich zu nein du lässt mich du lässt mich schön sein zu stören zu stören abkürzen immer gut aber ich finde es schade dass man nur so wenig energie hat und nicht ständig fliegen kann okay dass wir auch ein bisschen zu einfach gemacht weil sonst könnte man überall hinfliegen wo man kann das ist ja auch ein bisschen nein mache ich nicht ich möchte den stern und der ist schwierig zu holen ich kapiere es nicht aber muss ich auch nicht denn ich sage wieder mal leute der part ist auch schon wieder vorbei die nummer 39 blau haben wir nach 39 ist vorbei und gleich das sind die vier sieger ein also schalte das nächste mal wieder ein like nicht vergessen und kommit abonnieren